Musik 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 Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Display auf meinem Kanal Und zwar spielen wir jetzt I am a fish Also tendenziell so wie wir die vier Fische, also abwechseln wahrscheinlich Ähm, wir starten neues Eisenfischmodus? Ne, ne, wir machen ganz normalen Modio dann Und dann we will see Ging 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 Oh, ich würde ein paar von diesen Spezialitäten lieben. Sorry, wir sind alle weg. Oh, blöde die Hölle. Ich kann das jetzt nicht essen. Keine Ahnung, ich habe ein Pett-Shop gerade auf der Straße. Ich glaube, ich liebe ein paar Späts-Fräd. Aber zumindest haben wir die andere Seite. Ich habe ein Trink für euch. 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 So, wo muss ich hin? Okay, tendenziell zur Tür. Kann ich... Ich habe ein Trink für euch. 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 das ist ein bisschen gesplittert man sieht das schon okay können wir jetzt hier irgendwie weiter langsam 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 ich schon so ist es schon so ist es schon so ist oh mein Gott oh mein Gott ok komm mal rüber ok 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 wir können da von da oben kommen wir müssen jetzt irgendwie runter hat er ist ja die Blumen da ne ich glaube ich nicht darunter muss es glaube ich nicht aber aber hier ist doch eigentlich falsch oder nicht ja deswegen falle ich auch einfach oh mein Gott oh mein Gott bitte kommen wir jetzt hier runter ich glaube bei der Straße war relativ lucky gerade um 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 also wenn ich kurz vorher zertippert wäre noch wäre das der way gewesen sogar an dem punkt ok ok da löst es immer noch was hier Brot das hier gibt ja ok aber wie gesagt wir machen ja auch hier so wie in allen anderen Displays die wir so machen nie 100% run also mit allen Sachen finden und sammeln und so wir spielen das Game gucken uns die Story an gucken was so hier happened was gut ist unser aquarium ist wieder live sozusagen ist kein Riss mehr drin haben wir schon haben die kleinen Kinder gerade das ist sehr gut aber sehr nett von denen also ich denke ich muss da runter ich sehe dass da rechts doch was leuchtet für den ersten Brot sammeln gehen schon let's go können wir die Leiter da runter schubsen ist das unser way vielleicht jetzt komme ich da aber nicht mehr runter das ist schlecht ok ich muss wirklich so ok oh gott oh gott oh gott oh mein gott alter auch ne ein trampo oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ok ähm ja aber egal wo wir jetzt hingehen ist doch tot oder nicht eigentlich ok ja auch u chaotic Oh mein Gott! Okay, d'okay! Okay, ähm... Können wir da rüber springen? Nee. Okay. Aber auch nicht hin? Okay. Können wir da hochschwimmen? Oh, da bin ich gerade gesprungen, so ein bisschen, ne? Moment. Oh Gott! Wuhuuu! Hm! Okay, 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 okay. Ja, wir gehen mal mit dem Strom, würde ich sagen, ne? Oder... Hör, hör, hör! Hallo, hör! Okay, ich kann da nicht rein. Ey! Ich... Wird sich Müll an mir kleben? Wuhuuu! Oh mein Gott, das ist sowieso ein klarer Fiebertraum hier. Hä? Und... Ja? Nähe.. Mnäa... Niam... Mnäa... Niamm, niamm, niamm! Ähm... Wunderschönen! Wunderschönen! So, wie, was hier ne? Ähm. Oh mein Gott. Ich komme nicht hoch. Okay, ähm, müssen wir einfach hier übers Gras? Tendenziell? Oder hoch ging es halt nicht? Naja, wir machen nicht, dass du rennen musst. Keine Sorge. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Stopp it! Don't run! Stopp it! Okay, Steine sollte ich ausweichen. Na, putze. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich will hier hingucken. Ich werde verfolgt von einem riesigen Monstern. Aber... Oh. Ja, okay. Okay, wir müssen halt weniger die Steine... Also, ja. Aber wir wissen gar nicht die Steine. Boah, es ist halt nicht schön. Es ist halt echt schwer. Meine Bucket! So, jetzt... Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Nein! 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 No, 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 no... we got it aber guck mal das war es schon bei der ersten folge von i am wisch wir haben es heute geschafft das hört sich doch nice an ja ich habe es euch gefallen ja da schon dass ihr dabei wart zu der knope zunächst mal und zu